Einen wunderschönen guten Tag, hier ist Stefan. Und Stefan sitzt gerade auf dem Klo in Thailand. Das ist durchaus ein typisches Klo, eine typische Toilette für Thailand, denn diese Hockklos, wie in Frankreich zum Beispiel, gibt es nicht mehr so häufig. Wenn ich mich jetzt aber so umschaue, dann vermisse ich das Klopapier. Das steht nämlich nicht auf der Toilette. Das steht zum Beispiel in den Restaurants auf den Tischen. Damit wischt man sich den Mund ab oder die Hände. Was es stattdessen gibt, ist das hier. Das ist eine Popodusche. Macht sauber, aber danach ist die Unterhose nass. Macht aber nix, denn es ist ja warm hinterher. Ja, wie? Du hast wirklich gedacht, ich sitze hier auf dem Klo und mache mein Geschäft, klein oder groß, während ich mit dir rede? Vielen Dank schon mal, vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020